Sie ist momentisch Meisterin am Boden in ihrer Altersklasse, Kiezemeisterin am Balken und dritter am Stufenwagen. Jetzt sehen wir sie an ihrem Lieblingsgerät auf der Brückenfläche, Madalena Lea. Und jetzt sehen wir sie an ihrem Lieblingsgerät auf der Brückenfläche. Und jetzt sehen wir sie an. Und jetzt sehen wir sie an. Und jetzt sehen wir sie an. Und jetzt sehen wir sie an.